Und irgendwann, irgendwann, da wird die Welt erwachen. Sie wird darüber, sie wird darüber garantiert nicht mehr lachen. Wenn alles weg ist, wenn nichts mehr da auf Erden ist. Nur noch dann Hass, Streit und eine List. Wie kann man den anderen bekämpfen dann? Dass man bekommt, hier und da mal, sein Essen dann. Gibt es fast nichts mehr auf der Welt. Alles ist zusammengebrochen, hey, das nicht mehr zählt. Menschen, sie hausen, nicht mehr dann. In schönen Wohnungen und Häusern dann. Zerbrochen, kaputt, zerstückelt, zerfetzt. Die Welt hat immer noch eine Chance hier. Hört doch endlich auf mit den Kriegen hier. Sonst werdet ihr da draußen alle noch sehen. Es wird die ganze Welt heimsuchen und weitergehen. Bis kein Mann, bis keiner mehr auf dieser Erde ist. Das ist hier jetzt schon klar, das ist ganz gewiss. Keiner wird überleben, dann drückt einer drauf auf den Knopf. Und dann wird's passieren, dann, oh Mann. Jeder hängt an einem Faden hier. Und die großen Bosse steuern hier. Drauf geschissen, was du oder ich jetzt denk. Es wird alles dann von oben gelenkt. Geht das Frichten auf der Welt, geht's und besser dann. Aber geht es weiter, zerstört man die Welt mal dann. zar morph rein. Dem 328.